Tom, was machen wir jetzt hier eigentlich? Es ist doch Ostern, wir suchen Ostereier. Hä? Alter! Komm! Aber warum sind wir eigentlich gerade hier für das Deck? Ja, weil wir hier in Böbling sind. Das ist ja immer noch ein Gewitzzentrum. Ist doch voll unbekannt. Da läuft doch keiner zufällig vorbei. Wobei, haben wir doch hier einen innovativen IT-Campus mit Forschungsschwerpunkten in KI und Cloud Computing. Und was gibt es hier sonst noch so? Schauen wir uns das einfach mal an, oder? Mach mal, hör auf! Hallo Herr Vorsitzmann! Grüß euch, servus! Hallo, alles gut? Wir haben uns gerade gefragt, was kann man denn hier eigentlich machen? Hey toll, hier kann man coole Sachen machen. Wir haben ganz tolle Studiengänge, ganz moderne Sachen rund um Business und Informatik. Wir können Forschung hier machen. Wir haben ganz tolle Labore, müsst ihr nachher mal reinschauen. Das heißt Doktoranden, die hier Forschung betreiben. Wir haben zehn Professoren hier am Standort. Also rund um Business und Informatik gibt es hier alles. Kommt doch einfach mal vorbei zu unseren Infotagen. Und informiert euch auf hhz.de, da steht alles drauf. Cool, das machen wir! Vielen Dank! Super, danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!